Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibehrmann. Heute wieder eine Runde StarCraft 2 gegen 2 gegen dieselben wie beim letzten Video. Mit dem Rob und Muttibehr, also mit mir. Aber der ist wieder zufall. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Oh, die scheiß Map. Ah, eine Gruppe. Ich hole deine Lichtergruppe. Ich weiß auch keine Ahnung, dass wir jetzt quatschen. Nicht gut genug. Ex schon. Da ist die Ex. Der andere? aber kein zerk zufällig wieder zu er auf da brauchen auch kein zufall spiel da kommen wir genau der gleiche gewesen und ich hasse bailing der gute alte canonrush fake und ich hasse bailingfights wir müssen auch länger spielen mit speed man das ist nicht so toll was? wegen dem speed spielen naja we are in bailingfights also no ist jetzt durch auf jeden fall der pool meine auch nein die linge kommen ich bring sie mal mit ich bin hier komm den ogi krieg mal shit eure sonden werden angegriffen da kommen die zwei linge bei dir sind es durchgeschwipft was ist euer beginn herr ich bin hier in die schad hat sich nicht gelohnt wir sind kalt so jetzt nehm ich aber gleich den äh da kommen viele viele linge ja ich hab's gesehen fuck und ein totaler linge all in du wackele weggelegen dann drauf da oben stehen noch ein paar linge mit bailing Da sind jede Menge Baillinge, siehst du es? Ich bin übelst verbaut, egal. Zu viel mehr Gas. Das wird schon immer so schwierig werden. Hier haben wir so viele Baillinge. So viele Linge. Was machst du davon? Da kommen ganz viele Baillinge. Oh, das war teuer für die. Und bei mir welche durch. Schon wieder. Eure Sonden werden angegriffen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ihr müsst zusätzliche Bühnen bauen. Ich hab doch Pylonen gebaut, verdammte Scheiße. Die haben halt schon die dritte, ne? Naja, das ist auch ein normales, ja. Ich kann die nicht nehmen. Wenn ich die nehme, würde ich tot. Ich doppelt zurück. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Mein Leben für Ajoa. Wie kann ich euch helfen? Ich verstehe. Lasst uns beginnen. Das geht. Oder es kommt. Was kann man Go machen? Das Zeitfenster ist klar. Bei denen fiel Bailing. Ich bin nur noch Bailing gemorben. Wir müssen Bescheid. Lass uns wie sie in die Base abräumen. Ja, die rennen wir doch rundherum. Naja, dann lassen wir die Base abräumen. Das Zeitfenster ist klar. Lass unsere Feinde unsere Wut spüren. Die Base ist eure. Ein Leben für Agur. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Mit Fauchen. Eure Verhimmelung. Im Kampf. Es ist vorherbestimmt. So, ich habe einmal Echo weggeräumt. Ich verstehe. Lass uns gehen. Die Sterne stehen auf. Oh, haben sie alles verloren. Das Zeitfenster ist klar. Das Zeitfenster ist klar. Der Lied ist. Lass uns beginnen. Der Lied ist. Lass uns beginnen. Lass uns gehen. Oh, meine Mane. Wie kann ich euch helfen? So, meine Mane müssen wir kurz hier ausrollen. Ah ja, Lilan hat eigentlich nichts mehr, ne? Naja, ich baue das schon. Ich gehe gleich auf Archons. Sobald mein Tempelarcha schief durch ist. Wir müssen auf jeden Fall gleich los. Ja, Lilan hat sich halt eingepunkert, ne? Ja. Mach ich denn? Oh, meine ganzen Overlords. Ich kann ja... ...ein Leben für Arjord. ...ein Leben für Arjord. ...ein Leben für sich im Kampf. Guter Ass. So diene ich. Olak Natal. Ich verlau. Wir müssen hier es wieder. Kassar hat dich entlang. Ich flüge mich. Ja, lass go machen. Wir müssen vor. Oder? Ja, wir sind vor. Euer Denken. Die Basis. Wenn man mal reinkommt, dann würde ich überall Türmchen haben. Euer Denken. Echt? Die Basis. Eure Denken. Die Basis. Er konnte suesig Gallery sein. Die Ausfahnen. Die Ausafall. Eure Verbindeten befinden sich im executiveειнит. 5000 Türmchen. Ehm. Ich kann nur Gas geben, wenn du Gas baust. Spannend bis zum Schluss. Das ist echt spannend gerade. Oh Gott. Schmuden in der Tat. Ja jetzt gibt es einen eigenen Boden. Schuss, dann wären sie weg gewesen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich glaube, er hat alle seine Mutters. Das hat er alles verloren. Charakteure halt nicht. Ja. Ihr müsst zusätzliche Pionen bauen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Diese scheiß Charakteure ey. So. Ja, dauert aber noch. Ich habe nicht so viel. Ich gruppe mir hier bei den ganzen... Wie seid ihr denn da noch mit Bergen, die sind komplett abgebaut. Ja, kann doch auch. So, Uwe Münder willst du nie, wa? Ne, ja doch, hab ich, aber Münder ist vor euch. Ah ne, ich mir nur ins Gas brauch. Ja, Gas kann ich nicht geben, warum Münder willst du ein bisschen, ne? 4. GG. Du hast es raus, der nächste geht noch nicht. So schätze ich dir nämlich einen Zweck drauf. Ich hab noch jede Menge Beiningen und alles. Lasst unsere Feinde unsere Wusch spüren uns. Sehr böse. Genau. Das ist unser Beginner. Nun gut. Ja, die Beiningen sind halt echt hart. Da muss ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? nach dem Abo natürlich immer ein Abo machen, ciao ciao Outro